Hallo! Oh ja, heute geht es um Erfolg. Und ihr seht es hier in diesem Outfit. Ja, über welchen Erfolg soll ich reden? Vor 50 Jahren, dass ich da mal Abitur gemacht habe. Nee, nee, vor 10 Jahren, da war mein größter Erfolg. In diesem Outfit, und zwar im Werbefilm von Radio Bremen. Und das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Ja, diese Szene war, wo ich aus der Haustür auslande. Und jetzt wird jeder sagen, ja, das kann doch jeder. Nein, der Erfolg war ja nicht das, was ich getan habe, sondern dass ich auserwählt wurde, dieses zu tun. Und ja, soll man das feiern, Erfolge feiern? Nun, ich habe es damals gefeiert. Das war eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist doch völlig unmöglich. Da kriege ich einen Anruf. Ja, willst du da mal beim Werbefilm mitmachen? Ja, das solltest du mal tun. Und ich sage, ja, gut, okay, kann ich machen. Und ja, so ist es dann zu einem Erfolg gekommen.